Was geht ab, Kaspar? Hier es geht! Wo sind wir denn? Alter, wir sind... Guck mal, da sitzt Jumbo Josh! Und ganz leid, wir wollen ihn nicht aufhecken. Oh, du hast recht. Okay, dann machen wir es am besten nicht, ne? Müssen wir ja, warte mal, müssen wir ja entkommen oder sowas? Ja, das kann gut sein. Ich hab hier so eine Färbedien... Oh nein, eine Tut, so eine Tute oder sowas. Was ist denn das für ein Ding? Müssen wir vielleicht hier den Knopf drücken oder so? Kann das angehen? Äh, lass mal draufdrücken, oder? Bringt das was? Na, warte mal, kann ich hier... Äh, ich kann da nicht drauf... Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Ich bin bei Josh. Hallo, Josh. Oh mein Gott, ich bin auch bei Josh. Was passiert? Hä, wo bist du denn? Was machst du? Äh, gute Frage. Ich glaub, das laggt. Äh, ah, ich seh dich. Hier müssen wir runter. Guck mal, hier müssen wir. Guck mal hier, Jumbo Josh ist einfach... Der ist abgehauen. Oh, geh mal da raus und drück auf den Knopf. Ja. Oh mein Gott, wir haben ihn platt gemacht hier unten. Guck mal. Ich seh's gerade, der Arme. Okay, hier, ne, immer die Hausaufgaben machen steht da auf jeden Fall. Ja, ganz wichtig. Ich hab mich immer noch vofür dieser Knopf ist, den wir dabei haben. Also irgendwie, ich glaub hier, müssen wir draufdrücken auf die Sachen, ne? Ah, ah. Frischgewicht, frischgewicht, oh Gott, da oben. Oh nein, wo die so... Oh nein, wo die so... Oh, ich seh's grad. Das ist Ben, Ben. Ben, Ben, oder Ben, Ben. Oh mein Gott, ja. Okay. Gehen wir nochmal rüber auf den Checkpoint, so. Ja, lass mal hier. Au. Du bist draufgegangen. Das war heiß. Ich hab's voll gesehen, wie du draufgegangen bist. Okay. So, jetzt aber. Und hier hoch. Oh nein, der Opila, der böse Opila-Vogel. Oh nein, der Opila-Vogel, wo wir die Eier gesucht haben, ne? Oh ja, ich hab Angst vor dem. Okay, schnell rüber. Ich geh mal an dem Stern vorbei, ne? Oh mein Gott. Er sieht echt ganz, ganz komisch aus. Alles gut. So, geht das über die Eierle? Oh, ja, rüber. Gehst du rüber schon? Ja, ich bin schon rüber. Ich geh schon da drüber. Ich bin auch schon drüben. Okay, okay. Ich seh dich gerade noch nicht. Ja, ich seh dich auch noch nicht. Ich geh mal zur Tür, hier. Okay, lass mal zur Tür gehen, lass die Tür aufmachen, ne? Ich hab mal aufgemacht, geht das? Hallo, aufmachen. Ja, jetzt bei mir ist aufgegangen. Oh, ist dunkel. Dunkel hier drin. Ja, ich seh gar nichts. Kurven Boden. Wow. Gehen's mal, Alter. Yo. Okay. Wo sind wir jetzt? Hier ist Danger. Oh nein. Oh nein. Okay, lass. Ich glaube, wir müssen hier aufgehen, ne? Okay, okay. Und dann, wenn es runter geht, glaube ich, durch die Tür oder so gehen, ne? Oh nein. Durch diese hier? Oh mein Gott. Alter. Wo sind wir denn jetzt? Hier steht. Alter. Oh, okay, warte mal. Sei nett zu anderen. Pass auf, da nicht so nah an die ran, die ist an der Wand dran. Ja, du hast recht. Die sieht doch echt gruselig aus, muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier ist der Balleenerkopfhaustier. Müsst ihr da durchgehen? Nee. Oder ne? Nein, 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 nein. Ist abgeschlossen. Nein, da müssen wir durch die Tür. Hier ist eine Tasche. Ja, da müssen wir durch die Tür. Ah, okay. Alter, das ist der. Was kann jetzt das Teil, was ich hier in der Hand habe? Bringt das jetzt nichts? Ich frage mich auf, was sagt Knopf. Warte mal, rüber, über die Bänke. Warte mal, glaubst du, ich habe den Spruch? Oh, wow. Schaffst du den auch rüber? Nein, pass auf den Schredder auf. Oh, wow. Okay, ich bin rüber gesprungen. Ja, ich komm. Ey, was? Hä, als auch du draufgegangen bist. Nein. Okay, jetzt aber. Komm, du schaffst das. Ja. Au, sag mal. Oh, du Armer. Jetzt aber, komm schon, hier lang rüber und sprung. Ja, wie auch noch mal. Ja, siehste. Okay, dann müssen wir hier durch, oder was? Müssen wir es hier aufmachen? Aufmachen, drücken. Ich glaube, wir haben es aufgemacht, oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, mein Gott. Wir sind hier im Lüftungsschacht jetzt drinnen gerade, ne? Alter, wo geht das jetzt hier hin? Ganz vorsichtig. Ich habe Angst hier oben. Ganz vorsichtig. Ich höre doch, das ist so Windgeräusche, oder was? Das sieht echt nicht normal aus jetzt hier gerade, ne? Stinkt hier auch. Ihhh, hier ist Abwasser. Das ist irgendwie gefühlt die Kanalisation in der Luft, oder sowas. Ekelhaft. Uuah. Okay, lass mal hier hochgehen. Rauf hier. Rauf ganz entspannt. Hier ist der Jumbo Josh. Das Jumbo Josh Kopfhaustier. Als Haustier kann man sich das holen für. Ja. Oh, wie cool. 50 Robux. Das ist voll günstig gewesen. Das geht eigentlich klar, ne? Oh. Wo bist du? Da bist du. Ja, passt. Und hier ist der Tiger. Ich bin rosa gefällt beim letzten Sprung. Ich kann nicht beobachten. Hier auf der Leiter. Ich bin so schlecht hier. Jetzt hier rüber. Und... Zack. Wow. Sehr gut. Oh mein Gott, guck mal, bin ich ab hier. Guck mal. Warte. Warte, warte. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin aus der Jumbo. Hier, guck mal. Hä? Wie cool ist das denn? Wow. Alter. Nein. Was ist jetzt passiert? Ich bin oben drauf. Ich glaube, ich auch. Hier bist du durch. Müsst du durch. Du Käpt'n. Ja, durch hier. Okay. Hier ist Käpt'n Blaubeer oder sowas. Gute Frage. Hier lang sagt der. Okay. Habe ich jetzt gerade irgendwas vor dem Kopf drauf oder so? Hier leuchtet es auch so bunt. Siehst du das? Ja, du hast so ein Haustier um dich herum. Das geht so nicht herum. Einfach Jumbo Josh. Das sieht richtig schwul aus. Ja. Okay. Und hoch hier. Und hier ist in dem Fall rutschig. Aufpassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dich nenne ich Gary, glaube ich, das Haustier. Gary. Ja, komm schon, Gary. Hier rüber hier. Das ist jetzt über die Laser rüber. Oh, und durch. Okay. Das ist, glaube ich, die allererste First-Person-Obi, die wir spielen, ne? Ja. Stimmt. So, ich bin direkt hinter dir. Das Ding ist, ich habe mein Haustier leider noch nicht bekommen, weil ich noch nicht drauf gegangen bin. Das ist das Problem. Stimmt. Oh, warte, warte, ich fliege rüber. Und? Oh, was ist das denn? Ja, was? Oh, das ist Red Light, Green Light. Nein, rotes Licht, grünes Licht. Das heißt, wenn der sagt, go, müssen wir gehen, oder was? Oh, und wenn der sagt, stopp, dann stopp. Oh nein. Da steht gerade stopp. Und gehen. Steht der stopp? Oh, oben links. Und gehen noch. Gehen. Ich warte, ich warte noch. Ja, ja. Hä? Hä? Ihr bewegt euch komisch. Hä? Ich kann einfach durchlaufen. Was? Ich auch. Wo ist das? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Hier oben auf den Baum rauf, oder was? Ich glaube, durch den Lüftungsschacht hier oben durch. Ja, ich bin im Lüftungsschacht drin. Hä? Aber wo seid ihr? Warte mal, ich sehe dich. Warte, ich komme auch mal durch den Lüftungsschacht durch. Ich glaube, das hängt hier gerade. Warte mal. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin jetzt gerade im Lüftungsschacht drin. Ich versuche hier gerade rauszukommen. Okay, das war dann zum nächsten Checkpoint. Und ich gehe jetzt auch wieder links lang. Und die rostige Leiter hoch. Oh. Links lang. Na komm, geh die hoch, die Leiter. Rostige Leiter. Ja. Und ich bin oben. Meiner geht's hier hoch. Und Checkpoint. Ich habe auch Checkpoint. So. Und. Hä? Hä? Ich sehe dich gar nicht. Ich kann nicht mehr drauf gehen. Wir wurden, glaube ich, auch nicht. Wir wurden, glaube ich, voneinander getrennt oder so jetzt. Okay, dann lass weiter. Du müsst jetzt hier bei der Stache, ne? Okay, wir laufen weiter. Sag mal, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, wir jetzt gerade durch den Lüftungsschacht weiter. Ich habe jetzt hier eine Rampe. Die laufe ich gerade hoch. Und da hinten geht es raus durch den Lüftungsschacht. Und durch hier. Wir finden uns da nicht wieder, Kaspar. Ich bin auch durch. So. Checkpoint. Oh. Okay, sehr gut. Und hier ist das blaue Monster, ne? Oh mein Gott. Stimmt. Hier läuft doch Wasser raus. Vorsicht. Oh, das sieht echt ganz, ganz komisch aus, ne? Mit dem Wasser. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Okay, lass. Du gehst auch gerade die Treppe hoch, ne? Ja. Hier lang. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Wo ist das jetzt lang? Beim nächsten Checkpoint bin ich jetzt gerade. Durch die blaue Tür durch? Nee. Das ist die blaue Tür, glaube ich. Oder? Nein. Durch das Monster durch. Durch das Monster durch, okay. Ich bin auch durchgegangen mit dem Monster. Wow. Und jetzt über diese komischen Blöcke rüber. Ja. Und durch hier. Ja. Hier beim Start. Ich bin jetzt hier. Oh. Ja. Ich bin im blauen Raum ist drin. Ja. Sehr gut. Mit dem Knopf. Okay, okay. Und du gehst auch gerade die Treppe hoch? Genau. Ich geh auch gerade die Treppe hoch. Danger. Oh Gott. Spikes unten. Pass auf. Pass auf. Ja, ich merke das schon. Und rüberspringen hier. Zack. So, hier steht Stopp. Ja, da kannst du rein. Und zwar geht es hier in eine Wendeltreppe nach ganz oben. Okay, warte. Ich geh auch rein. Oh, ich geh jetzt auch nach oben. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Ich bin da zum Bock auf dem Checkpoint. Wie cool. Ich auch mit den gelben Treppen. Ja, safe. Wo geht denn das jetzt weiter? Hier durch die rote oder durch die untere rote? Durch die untere rote. Ich bin jetzt unten gegangen. Und durch jetzt. Da haben wir auch so Pfeile. Wo bist du, Kasper? Ich seh dich nicht mehr. Ich wollte den Pfeilen mal. Hier oben lang. Hier, glaube ich rein. Oh Gott, der Balken. Pass auf. Okay, ich bin jetzt hier gerade da. Oh, ja. Wo wir auch schon mal waren. Lol. Aber der Schredder bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Genau, das ist anscheinend hier. Hier ist, glaube ich, Strom ausgefallen oder sowas. Ah, das kann sein. Stimmt. Jetzt kann man hier durch die gelbe Tür gehen. Ja, und hier unten läuft das Graue durch. Okay, pass auf die Lava auf hier links. Oh Gott. Und hier muss man sich auf jeden Fall verstecken. Hier sind nämlich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist der böse Opila. Hier ist der Vogel. Oh mein Gott. Das Ende ist nah, steht da. Das Ende ist echt sehr nah. Hier sind auch nämlich... Da müssen wir durch den Lüftungsschacht oben rechts, glaube ich. Durch den Lüftungsschacht? Äh, hier ist ein Lüftungsschacht. Ja, durch den muss man durchgehen. Hä? Das ist bei dem Opila Bird. Bei dem Opila Bird musst du hin. Aber ich komme da gar nicht rein in den Raum beim Opila. Da komme ich gar nicht rein. Da ist eine große große Glastür. Rechts rum, rechts rum. Rechts rum? Hä? Nein, da komme ich gar nicht rein. Warte mal. Vielleicht bin ich... Hä, jetzt ob. Ich kann da durch. Hä, ich komme da nicht durch. Muss ich oben lang gehen? Was soll das? Kann ich hier irgendwie... Hä, du musst da irgendwie einen Weg finden oder sowas. Hier lang? Verstecken. Ich gehe jetzt gerade mal hier rum. Hier auf dem Lava bringt auch nichts. Nee, ich habe hier einen Sack. Ich komme hier nicht weiter bei mir. Du musst mich retten. Echt nicht? Ich komme bei dem Opila leider nicht rein in den Raum. Das ist irgendwie eine unsichtbare Tür da. Ich weiß nicht, wieso. Ist ja voll. Ich bin jetzt hier gerade nochmal woanders. Ja. Und Lava und sowas, aber ich glaube... Wir sind echt lang. Ich glaube, hier ist... Hier geht es, glaube ich, raus. Nein. Ja, ich bin in Kommen, Kaspar. Nein. Ich bin in Kommen. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier auch beim Opila. Jetzt habe ich den Ausgang gefunden. Ich war so lost. Ah, du losti. Ich bin hier in Kommen, Kaspar. Warte, ich komme auch, ich komme auch. Und hier rüber und hier hoch durch den Lüftungsschacht jetzt. Hier hast du gesagt. Leute, ich bin einfach auch rausgekommen. Wie cool ist das denn mit dir? Lasst ein Like und auch ein Abonnier. Wenn es nicht gibt, dann tut mir den Gefallen. Checkt unbedingt erstmal meine Videos aus. Guckt die bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.